ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk ARD Text im Auftrag von Funk wenn das für uns ein Jungler okay ist natürlich Geh, der Jungler macht die wahrscheinlich gar nicht der kommt wahrscheinlich erst bei 1.15 Minuten vorbei Kogman nicht gespielt, seitdem sie das Q zu einem Skillshot gemacht haben, ehrlich gesagt ich hab da vollstes Vertrauen in dich ich glaube ich fang der Q an, oder? also du wirst nur den kleinen machen, oder wie? ja, aber schau mal, wie schnell die Down gehen keine Ahnung nein, machen wir nur den kleinen, ah, dann machen wir den auch noch warte, lass mich nichts denken ne, ich hab nen Trunk jetzt da 3 geschmissen ich hab gleich meinen Stun noch kannst du, ich kann nicht schluss dahin gehen passt na gut, wir verlieren trotzdem ein bisschen Erfahrung, aber ne, gar nicht so gut gewesen fast Level 2, beim nächsten Creep bin ich Level 2 äh, Truntlack Golems gestartet äh, Truntlack Golems gestartet wirklich, bei ihnen oder was? ja oder meinst du, hat er vielleicht auch geholfen beim Buff oder so? ja also der wurd auf jeden Fall sehr viel schneller bevor er mir Level 2 glaubt nach 2 Millions war er schon Level 2 ah ok, dann hat er vielleicht auch XP geliegt nun absichtlich hm, ist doch Level 1 aber er hat kein Flash Schwannis gestorben Schwannis gestorben ah ja wirklich aber Level 1 gg ja, ich müsste das gleiche Level 2 sein ja hm 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 ja, der wird wahrscheinlich gleich hooken oder so aber wenn du Level 3 bist, ist das schon mal nicht schlecht, oder? hm 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 he boh st denn auch flasht ich habe immer gut damage returned aber naja sie ist halt ja musst du aufpassen bist du squishy wenn sie dich hucken bist du tot wahrscheinlich ich hab auch kein heal mehr ja das habe ich schon gesehen er hat mir guten abblendet ah ich bin halt late game carry naja also wir sollten jetzt versuchen alle zu überlegen also bei uns werden jetzt mal keine wards bisher gestellt so für ein jungler aber du bist vor allem level 4 wieder achso ja sorry yes brauchst du nicht entschuldigen das ist halt der xp advantage zack einfach hinter den minnen stehen so gut es geht halt auch wenn sie halt sterben muss man aufpassen was du so nix nicht abg ich stelle meinen trial busch jetzt what ok ach fuck das kann ich gewinnt oh ne ja gut aber flash muss ich nicht raus Ah ja, ich hab das. Wo ist mein bot? Ah, ich weiß nicht. Ah, ich weiß nicht. Er war gar nicht bereit, da. Fondless Ass. Du bist so. Mach das irgendwie Infinity Edge first, oder Lady of the Ruin King? Trinity Force als erstes Hub Kog'Maw bone. Ah, Trinity Force. Ah ja genau hab ich ganz vergessen. Ich weiß nicht, ich glaub irgendwie der andere Jungler könnte auch wahrscheinlich bald kommen, so wie die sich jetzt auf einmal pushen lassen. Jo, ist mir eigentlich egal. Ey, Mann! Pass auf, er guckt dich vielleicht sonst. You get camped, oder was ist los? Ne, aber er hat mit 100 Leben überlebt, und in einer Sekunde hätte ich wieder meine Q gehabt. Na ja, er macht halt... Er ist halt schon noch nicht schlecht, der Trundle eigentlich, er stiehlt halt auch die AD, ne? Ich kann den nicht machen, ne entdecken, musst du machen. Er macht kein Damage, mein Q. Das wird aber eh nicht gemaxzt. Obola. Magst du so einen kleinen haben? So, ja, kann ich machen. Warten, nimm den da. So. Ja, aber jetzt passt es wenigstens. Machst du gerade hier das Weg, oder was? Ja, ich... Ich denke, ich kann jetzt ohne. Ja, wir haben ja gut gepusht, dann geht das schon. Jetzt macht er überhaupt kein Damage, die ganzen Spells von dem. Ach, na ja. Na ja. Na ja, ist eh klar eigentlich, aber trotzdem. Wundert mich ein bisschen. Aber vielleicht mit Triforst anders recht, stimmt. Dann kannst du vielleicht ein bisschen mehr Damage machen. Machen. Sack. Ich glaube, die wollen wir nur Tantar hooken vielleicht, oder so. Oder auch nicht. Jetzt wird wahrscheinlich gleich sein Dings anmachen, der Kogmo sich schneller machen und... äh, Kogmo, sag ich schon, der Blitzcrank sich schneller machen und dann... Siwana Mitte. Uh, nice one. Free Drake. Free Elo. Soll ich drauf gehen? Hol den dicken, den dicken... Nein, 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 nicht drauf gehen jetzt. Warte, kommt der Blitzcrank. Warte, kommt der Blitzcrank. Uh, 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 uh. Ach, den da, genau. Sehr schön. Was war jetzt eigentlich? Frontless Flash ist ungefähr bei 12.40 wieder da. Passt. Sorry. Der Minion klingelt mich. Egal. No Damage. 2,000 Gold habe, ich sollte ihn bald vielleicht mal backen. Aber... Wenn ich Instrument Rindy the Force kriege, ist man auch recht. Ja klar. Ja, aber diese leichte Angst bei Blitzcrank, dass wir jetzt gleich gehockt werden, das ist so nervig. Ja, aber der spielt irgendwie sehr passiv, der Junge, keine Ahnung. Any blue? Äh, ja bitte. Ah, ich will da jetzt reingehen. Weg mit dem Jungen. Zack. Kein Mana. Das ist Zerteres weg. Voll der AFK-Farm hier. Ja. Da geht gar nichts weiter. Victor Smith. Aber gut. Soll ich Tribal-Sport jetzt schnell? Oh, da kommt wer. Piperoni. Oh man. Ja gut, vier Leute da, gell. Please no, helft. gell. Ehhhhhh! Ketschuk. AANNNN! Scheiß Laser, alter. Ach man. Almost. Dann halt nicht. So viele Leute da, alter. Das wollen alle von mir. Da beschwere ich mich kurz darüber, dass es so langweilig ist und dann... Der Drussel kommt immer mit 80 HP oder so weg, das ist der Wahnsinn. Gut, Farmsätze, recht edelig. Ich hab gerade ein bisschen lags, weil ich gerade nicht im Fenster bin. Achso, der FP jetzt und da haben wir second lags. Jetzt hab ich bei dir fest. Achso, wir müssen den auch nehmen. Vorsicht, Victor, komm, top. Äh, Victor und Shyvana sind top, nein. Der hat... Victor, no ult. Oh, Vorsicht, Shyvana. Aha. Komm mal da einen Pinkwater hinter Sicherheit. Der hat. Leider kein Flash. Wobei, ich kann noch stayen. Das war unser Chuckless. Versuch zu baiten. Und dann... Was Ich kriege den nicht mehr. Ich krieg den not, ich krieg den not. Ok, danke. Okay Noch mal um die Geist, dann komm ich äh bot mit Ulti Jo, das wär ganz nice Bot lane oder was? Ja Jupp Oh man Ich hab noch Ulti dann zur Not, gell? Soll ich die auf den Blitzcrank machen? Äh, jetzt? Ja schnell! Nein, spät Victor Smith Da kommt er Ja, Becken Oh ja, da kommt er Kann man nen Ball auch vielleicht? Vielleicht was machen? Ich hab Ulti Ey, jo, wenn sie da face checken oder so Okay, da um sind sie Ich bin aber ziemlich low eigentlich, das könnte mich schon eigentlich ziemlich leicht umbursten Aber der ist auch ziemlich low, ne? Ich hab noch Exhaust Ulti alles Juckst den weg, den Jungen Juckst den Das gibt's nicht Geist den weg machen? Naa, ist zu gefährlich Der Graves auch da Uuuuh RIP Oh man, ich bin ganz woanders Yeah, Fiddle Ulti! Go, go! Oh man Oh, ich seh überhaupt nix Want to buy Vision Sind alle tot oder was? Nein Ich denke aber nicht Was ist mit dem Drachen los, Alter? Ja, ich war halt nicht in der Nähe Der Ende Ja, da auch nicht so näher ist Ich bin zu ihm dabei, ich hab auch noch keine Boots oder so War da alles drei Jahre später Scherz als erstes Mal das Wish heute wird's fertig gemacht, dass ich da Ich war normalerweise ungern als erstes, aber egal Glaubt ihr machen Drag, oder? Ne Glaub ich nicht, aber ich kann schnell schauen Na, mach also nichts Ich hab Triforce Ich hab Triforce Ich hab Triforce Dann geh ich mal auf Midlane kurz rum Roman Hm Nice Role Nice Role Nice Da ist ein Pink Ward Der Blitzkrieg kommt vielleicht Auf dem Weg 60 Sekunden Ah, ich bin echt langsam Ich mach die Boots Ravenna ist top Briggelst du dieb, den können wir töten Oh man Auf dem Grace, auf dem Grace, auf dem Grace Ah, der Flash Ah, der Flash Let's go Let's go Chush rein mal, lieber, die vier mit mir Okay Ich komm, ich komm, ich Wohé, der ist ja Komm, wir hoch Boah, der Blitzkrieg, Leute. Ich bin zu langsam schon wieder fucking hell. Da ist er. Das ist mit dem Blitzkrieg. Ja, der ist weg. Der hat schon Boots und Overdrive gemacht. Ich habe noch gar nichts. Ich mache mir einfach Dragon Cops. Wo ist? Nein, nein, der ist gepackt. Das hat keinen Sinn. Ach fuck, ich habe das kurz gemaxed. Fast. Nein, das zweite ist. Gehen wir da, Craig. Kommt's her? Jo. Kann da rein holten, ich habe auch so. Shyvana ist aber da. Wir brauchen unseren Jungler. Kommen jetzt alle. Ja, einfach weiter. Nicht, nicht. Ah, der kann den Steal, der suchst du hier. Push mal mit einfach rein. Kommt's. Ja. Ja, okay. Ich habe keinen Mana und nichts. Haben die jetzt einen Dragon? Ja, habe ich ja gesagt. Ja, ich tag, ich tag. Sehr schön. Einfach hier den Tower nehmen. Ich engage auf Braves. Ich sehe, wir sehen nichts. Achso, er war zu drin. Oh nein. Da kommt die Keeps vom Trundle. Okay. Ich... Ich gehe zu unserem AD Carry. Ich habe noch E-Lab. Ich habe keinen Mana, wir wissen aus. Die tun uns abschneiden. Wir brauchen Hilfe von Fiedl, sonst sind wir tot. Lass weg! Komm. Okay, bist du nicht. Ja, wo hast du? Komm, das ist besser. Bist du Ulti? Okay. Echt, die Keeps. What the fuck? Oh fuck, die Keeps. Fuck, ich bin auch tot. Da ist er. Leute, da ist irgend so ein Dreck. Stings drin. Ach, fuck. Ich hole mir mal Lockett als nächstes. Mhm. Ich glaube, er hat er die Piller reingeben. Ich muss kurz verschauen, schnell. Das ist jetzt halt der Drake-Steal. Das ist halt richtig mies. Richtig ärgerlich. Nein! Nein! Ja, ich habe jetzt Boots. Da ist er auf den Tower. Auf den Tower. Rest. Rein halten. Ja, okay. Der ist zu erweckt schon. Kannst du mir Botlane pushen, helfen? Wir pushen den Tower gerade ran, nämlich. Komma. Äh, Mitte sollte halt auch vielleicht jemand verteidigen, oder? Vielleicht unser Jungler oder sowas. Ah, fuck, ich bekomme. Ja, Viktor kommt gleich. Ich kann auch den Tower kurz gehen. Einfach da helfen, kommst. Die können wir beten da vielleicht. Die haben aber keine Vision da drinnen. Ich habe es in 15 Sekunden. Achso, dass du mich da bist. Ja, dann wartet es noch. Dann wartet es noch. Oh, schade. Ich habe Ulti auf drei Leute gekriegt. Wohin, schnell. Ein Piddle kommt daher zu mir. Okay, da ist ein Wad drin. Fuck. Ja, egal. Keine Chance. Gut, jetzt muss man so ein Kogmo halt ins State-Gap wieder gehen. Dann. Ja, okay. Kannst du vergessen, der ist dann. Jetzt hat der Graves auch 3 Kills da gekriegt. Särgerlich. Wir müssen halt nn. Ich habe halt... Ja. Entweder wir beten sie halt oder wir müssen was anderes noch überlegen. Die haben auf jeden Fall jetzt Baron vielleicht auch schon jetzt sich geholed. Ist ja klar, oder? Oder sind gerade am holen, besser gesagt. Nein, noch nur. Das ist Rundle und so. Die sind halt noch hier. Ja, ich sehe es gerade. Ja, okay, komm bitte. Eine Minute old. Tippers ab. Okay, ich komme noch mal. Ich gehe noch mal kurz bottomlanen. Du musst einfach WF klären. Wenn geht. Nein, okay, es geht nicht. Ich muss gerade mal gesammelt. Okay, es ging doch gesammelt. Wo sind die Graves? Hier hat halt auch Rundle und schon. Und die macht auch Rundle. Das ist der Graves. Ja, der wird's. Die haben... Sonst, die konnten los. My bad. Noll. Nein, ich kann da nicht zu weit reingehen, Leute. crookeder. Oh, die. Jetzt. Oh, crap. Oh, shit. Ah. Pfff 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 Pff Pfff Pfff Ja, posh mich halt mal mit heraus Ähm, ich geh top 9 Warum warst du bei Baron auf jeden Fall? Okay WTF Okay, geh mal auf den Trundle drauf Geh mal auf den Trundle drauf Du kannst ja nicht vieren, oder? Taufen müssen Jetzt können wir da hinten dran Passt, oh ja da hinten Auf den Victor, auf den Victor alle Oh ja Wir können noch fighten, glaube ich Wir müssen nur den Graves irgendwie umlucken Wenn wir ihn jetzt sehen können, dann ist er tot Okay, na so nicht Ah, lass der Dings abarten, genau Ja, oder wir gehen jetzt back Uh! Uh! Juh, das war knapp Ja, ich glaube jetzt kommen dann die anderen Ja, ja, die kommen dann wieder Das ist halt wieder dann back Und die Web noch schnell flieren, oder so Ah, Trundle Geh auf den drauf gleich Ich kann den Storm Ich muss eigentlich raus, Leute Ich muss da raus Ja, raus, net Ich muss da raus Jetzt müssen wir Waren halt Waren halt Waren irgendwas, oder so Ah, Leute, wir sind jetzt nicht draufgangen auf den Auf den Trundle Da ist ja auf die Leona gegangen Und ich hab halt auf ihn Auf ihn draufgegangen Die haben halt so viel Ich weiß auch nicht, was bricht denn uns da eigentlich? Knack Ich mach halt auch schon Last Whisper, weil die haben auch schon Sunfire, Cape, Randwands und Der Blitzpillet grad einen Frozen Heart zum Beispiel auch Ich geh mal in Midlane Ja, vielleicht kann man dann Victor raus snatchen Naja, der Victor macht so viel Damage Hol dir den Dicken am besten Braves Ich geh Bottlen auspushen Okay Ich stell mal hier noch ein Wort Ich stell mal hier noch ein Wort Kann ich überhaupt was denn? Ich hab Ult ihn Wenn ich die Pin soll, dann sucks Uh, nice, 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 nice Boah, das Stundenglas kam ein bisschen zu früh Boah, das Stundenglas kam ein bisschen zu früh Boah, das Stundenglas kam ein bisschen zu früh Ach, man Ach, fuck, man, warum die Penner immer Da gehen wir auf den drauf In einer Minute ist Drake oder eineinhalb Soll ich nochmal backporten, oder? Ähm Frontline-Pushtal da noch Yo Ich bin ja grad der Front-Tank Ah, der Front-Line Die haben halt alles gekleadet, wir können überhaupt nichts holen jetzt Ach, fuck, warum ist da keiner gestorben schon wieder? Äh, so schrecklich denn Äh, könnten die Baron machen? Ne So schnell nicht Also, ich geh weg Auf den Blitz drauf Vielen, vielen, vielen Okay, nein Okay, nein Okay, nein Oh man, da ist der Pass auf, da will ich hucken Schritt zurück Und dann auf den Blitzcrank drauf Okay, Redbuck mag ich haben, das wäre nicht schlecht Ja Jep Papier Oh, fuck Ja Ja Irelia, kannst du noch dreck kommen? Ich kann dir noch... Boah, fahle ich nicht mehr Ähm Ähm Nein Oder, oder ein bisschen, äh, Prohn oder so Jo 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 Schönes Ding Vorsichtig, da ist weg, da Vorsichtig, da ist weg, da Ah Ah Huh Fuck, er stirbt nicht Ah So Wo bleibt der Stil? Wo bleibt der Stil? Ah je Dammit, Alter Die hatten, die haben irgendwie immer alle Flash noch ab Ich komm da nie an und das sind auch so schnell alle Mh Mh Du mal den Bot schnell clean wieder Ja, da gichtelt noch einer, wenn wir es geht Phantom Dancer vielleicht Oh nein, das ist auch blöd Ich hab zu überlegen, ob ich mir Thornmail holen soll oder lieber Randoid Ich glaub Randoid ist was besser mit dem Leben noch dazu Was sagt unser Experte? Äh, ich würd schon Randans nehmen, Alex Können wir den Schwanl? Theoretisch schon, praktisch nicht Könntest du da kurz einfach Wave clearen? Ah, die haben den Tower sowieso Ah, die haben den Tower sowieso Na, pizze die Wave und schau dir Okay, nein, ich komm einfach Ah, ich kann Wave clearen Okay, ich mag nämlich Last Whisper kaufen, das ist nicht so schlecht Wenn ich das ab für den nächsten Fight Top lane pusht auch grad ein bisschen rein Die sind grad wahrscheinlich schauen, ob sie unseren Red Buffs neken können Ja, der ist nicht ab, den hab ich ja vorher gehabt schon Jo, Bot lane, Tower Ist noch fast voll Ja, Viertel 6 pusht dann an die Top lane einmal g'schneller aus oder so Ich hab's schon checks mit Ja, geht's auf den Traf Ach, fuck Nein, Alter Hä, wo war er denn, jetzt hat er zu der Irelia Tötet's den Oh man, das hat sich gut Ach, fuck, der Dreckshoop ganze Zeit Oh, nice Mit 4-6 hätte man das locker gewonnen Fuck Ich glaub ich brauch Benjis Will, ehrlich gesagt Einfach gegen den Hook und so Benjis, komm, ja Mit einem Top lane Teleport, der ist ja ein mühsamer Den tut man gleich kaum stunnen Ja, wirklich, ohne Spaß, ich hab guten Ich versuch eben rumzukommen, ja Ja, macht, okay, schau dass du den möglichst schnell kriegst Alter, komm jetzt nämlich Blitzcrack und so, komm auch her Ja, wir können zu 5 gegen 5, können wir schon fighten, wenn wir gute Vision haben bei Bei, also für Fiddle Ultimate Ähm, Viktor Pushtacker, ne Lol Oh Gott, ich Okay, da ist der Blitzcrack, gehen wir drauf dann Alter, du stirbst gleich, oder? Ach, schade Ja, raus da 1500 Schaden mit der Q Ich kann halt nicht vor dem Blitzcrack wegrennen, der ist so schnell Top lane, top lane Mhm Zwei sollten vielleicht da bleiben, oder Eddie Ja, ich sterfe, bitte Ja, jetzt werden sie Baron machen Ja, wir müssen da, ich kann hier mit dem Ding scouten, kommst du mir bitte schnell alle helfen Ja Ja, machen sie Fuck Ach, das ist so ein Bullshit, man Ich kann nix machen Okay Okay Mann, die zerlegen uns Total Da werden wir jetzt echt schön vorgeführt Ja, der Viktor hat 17 kills, Alter, bist du wahnsinnig Aber die Giovanna ist halt auch, die ist halt einfach voll auf Die macht halt Damage auch noch, leider Wenn ich halt kurz auto attacken könnte, aber ich bin halt immer in diesen schlechten Korridor und die bringen überhaupt nix, leider Jetzt porten die echt nochmal weg, oder? Ja, sicher, die haben ja Im Powered Recall Ja, das ist Ja, das ist Schaut ziemlich schlecht aus Schaut ziemlich schlecht aus Mach jetzt Drake Voll 6 Sekunden bis Drake Können wir wahrscheinlich nicht contesten Soll ich rein holten? Ja, fix Ja, fix Boah Oh man Alter, das ist so ein Schwachsinn Ja gut, hör mal auf damit Das ist so ein Der Blitzcrack hockt so viel Ja Ja Das ist der Problem Ich weiß nicht, vielleicht hätten wir da in der Laning Phase noch öfters auf ihn drauf gehen sollen Wir sind auch einfach so oft knapp davon gekommen Naja Ist ja wurscht Schau doch wo im Sack Ist ja auch egal, na Ah, dann hören wir auf so zum die du da die 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 Vielen Dank.